Wir üben, um uns von einer Last zu befreien. Der Last einer engen, von Gier, Aggression, Unwissenheit und Angst erzeugten Perspektive. Wir empfinden unsere Mitmenschen als Last, ebenso den Alltag. Die größte Last aber ist unsere eigene Persönlichkeit. Durch die Übung erkennen wir, dass es nicht nötig ist, die in jedem Augenblick unserer Existenz gegenwärtige Freude und Offenheit zu vernebeln. Wir können zu grundlegender Gutheit erwachen. Wenn uns das gelingt, fühlen wir uns nicht länger von Depression, Sorge oder Gräuel belastet. Das Leben öffnet sich, wird weit wie der Himmel oder das Meer. Es gibt genug Raum, sich zu entspannen, zu atmen und zu schwimmen. So weit hinaus zu schwimmen, dass wir nicht einmal mehr den Rückhalt des Ufers haben. Wie können wir mit dem Gefühl der Belastung arbeiten? Wie lernen wir damit umzugehen, dass immer etwas zwischen uns und unserem verdienten Glück zu stehen scheint? Wie können wir lernen, uns zu entspannen und die grundlegende Freude zu berühren? Weltweit sind die Zeiten schwierig. Erwachen ist kein Luxus oder heeres Ideal mehr. Erwachen ist lebenswichtig geworden. Wir dürfen uns nicht an der weiteren Vermehrung von Depression, Entmutigung und Zorn beteiligen. Wir müssen lernen, mit schwierigen Zeiten vernünftig umzugehen. Die Erde selbst scheint uns anzuflehen, die Freude zu berühren und unsere innerste Essenz zu entdecken. Das ist der beste Weg, wie wir anderen von Nutzen sein können. Es gibt drei traditionelle Methoden, wie man schwierige Umstände direkt als Weg zum Erwachen und zur Freude nutzen kann. Die erste Methode nennen wir nicht mehr kämpfen, die zweite Gift als Medizin nutzen und die dritte alles, was erscheint, als erleuchtete Weisheit erkennen. Diese drei Techniken ermöglichen uns den Umgang mit Chaos, Schwierigkeiten und unerwünschten Vorkommnissen in unserem täglichen Leben. Die erste Methode, nicht mehr kämpfen, gipfelt in der Shamatha-Vipassana-Meditation. Wenn wir meditieren, schauen wir alles, was in unserem Geist erscheint, einfach direkt an, bezeichnen es als Denken und kehren zur Einfachheit und Unmittelbarkeit des Atems zurück. Wieder und wieder kehren wir zum ursprünglichen Gewahrsein, frei von Konzepten zurück. Die Meditationspraxis bringt uns dazu, aufzuhören, mit uns selbst, mit den Umständen, Emotionen oder Launen zu kämpfen. Diese grundlegende Technik ist ein Werkzeug, das wir benutzen können, um uns in unserer Übung und in unserem Leben zu trainieren. Was immer auch erscheint, können wir mit einer vorurteilslosen Haltung einfach betrachten. Mithilfe dieser Technik arbeiten wir mit den Unannehmlichkeiten in ihren unzähligen Verkleidungen. Was immer auch geschieht, üben Sie wieder und wieder, es bloß anzuschauen, es als das zu erkennen, was es ist, ohne es zu benennen, ohne es mit Steinen zu bewerfen, ohne die Augen abzuwenden. Lassen Sie sämtliche Geschichten beiseite. Die innerste Essenz des Geistes ist frei von Voreingenommenheit. Auf immer und ewig erscheinen die Dinge und lösen sich wieder auf. So ist es einfach. Das ist die primäre Methode zum Umgang mit schmerzhaften Situationen. Globalem Schmerz, häuslichem Schmerz, jedem möglichen Schmerz. Wir können aufhören, mit dem, was erscheint, zu hadern und es zum Feind hoch zu stilisieren. Stattdessen können wir sein wahres Gesicht sehen. Schließlich geht es in unserer Übung nicht darum, irgendetwas zu erreichen. Es geht nicht um Gewinn und Verlust, sondern darum, mit dem Kämpfen aufzuhören und uns zu entspannen. Das genau tun wir, wenn wir uns zur Meditation hinsetzen. Und diese innere Einstellung wird schließlich auch in unserem Alltag spürbar. Es ist, als würden wir das, was uns Angst macht, einladen, sich vorzustellen und ein wenig zu Gast zu bleiben. Ähnlich wie Milarepa den Ungeheuern, die eines Tages seine Höhle besetzt hatten, sagte, »Wie schön, euch Ungeheuer heute zu Besuch zu haben. Ihr müsst morgen wiederkommen. Wir sollten ab und zu ein Schwätzchen halten.« Wir beginnen, indem wir mit den Ungeheuern in unserem Geist arbeiten. Allmählich entwickeln wir genug Weisheit und Mitgefühl, um auch mit den Bedrohungen und Ängsten unseres Alltags vernünftig zu kommunizieren. Die tibetische Yogini Majig Laptrön übte sich furchtlos in dieser Sichtweise. Sie sagte, dass es in ihrer Tradition nicht üblich sei, Dämonen auszutreiben. Sie würden mit Mitgefühl behandelt. Der Rat, den sie von ihrem Lehrer bekommen hatte und den sie an ihre eigenen Schüler weitergab, lautete, »Geh auf das zu, was dich abstößt. Hilf denen, denen du glaubst, nicht helfen zu können, und begib dich an Orte, die du fürchtest.« Dieser Zugang stellt sich ein, wenn wir uns hinsetzen, um zu meditieren und den Kampf mit unserem Geist aufzugeben. Die zweite Methode der Arbeit mit dem Chaos lautet, das Gift als Medizin nutzen. Wir können schwierige Situationen, das Gift, als Anfeuerung zum Erwachen nutzen. Gewöhnlich begegnet uns dieser Zugang in der Praxis des Tonglen. Wenn uns irgendetwas Schwieriges begegnet, Konflikte jeder Art, Gefühle der Wertlosigkeit, der Peinlichkeit oder des Schmerzes, dann können wir es einatmen, statt zu versuchen, es loszuwerden. Die drei Gifte sind Leidenschaft, einschließlich Gier oder Sucht, Aggression und Unwissenheit, einschließlich Leugnung oder der Tendenz zuzumachen und etwas auszuschließen. Gewöhnlich sehen wir in diesen Dingen etwas Schlechtes, etwas, das man vermeiden sollte, aber in diesem Fall liegen die Dinge anders. Jetzt werden sie zusammen für Mitgefühl und Offenheit. Wenn Leiden erscheint, dann besteht die Übung von Tonglen darin, das Drehbuch loszulassen und einzuatmen. Nicht nur den Zorn, den Groll oder die Einsamkeit, die wir selbst fühlen, sondern ebenso die identischen Gefühle anderer, die in diesem Augenblick ebenfalls Zorn, Bitterkeit oder Einsamkeit empfinden. Wir atmen diese Gefühle für alle anderen ein. Das Gift ist nicht nur unser eigenes, persönliches Unglück, unser Fehler, unsere Schuld, unsere Schande. Es gehört zur menschlichen Bedingtheit. Es ist unser Bindeglied zu allen Lebewesen, das Material, das wir brauchen, um verstehen zu können, was es heißt, in einer anderen Haut zu stecken. Statt es uns vom Hals zu halten, atmen wir es ein und verbinden uns voll und ganz damit, zusammen mit dem Wunsch, dass alle Wesen frei von Leid sein mögen. Dann atmen wir aus und senden dabei ein Gefühl grenzenlosen Raums, ein Gefühl von Frische aus, verbunden mit dem Wunsch, dass alle Wesen Gelassenheit und die innerste Essenz ihres Geistes finden mögen. Von Kindesmeinen an bläut man uns ein, dass mit uns, mit der Welt und mit allem, was uns begegnet, etwas nicht stimmt. Es ist nicht vollkommen, es hat Ecken und Kanten, einen bitteren Geschmack. Es ist zu laut, zu weich, zu scharf, zu wischiwaschi. Wir entwickeln das Bedürfnis, alles besser machen zu müssen, weil immer etwas nicht stimmt, weil es immer ein Problem gibt. Das Hauptanliegen der hier besprochenen Methoden ist es, den dualistischen Kampf aufzulösen, unsere gewohnheitsmäßige Tendenz gegen das, was uns entgegenkommt oder in uns selbst geschieht, anzukämpfen. Diese Methoden halten uns an, auf die Schwierigkeiten zuzugehen, statt sich zurückzuziehen. Diese Ermutigung erhalten wir nicht sehr oft. Alles, was geschieht, ist nicht nur nutzbar und bearbeitbar, sondern es ist tatsächlich der Weg selbst. Wir können alles, was uns begegnet, als Mittel zum Erwachen nutzen. Von allem, was uns begegnet, seien es unsere eigenen widerstreitenden Gedanken und Emotionen oder scheinbar äußere Situationen, können wir uns zeigen lassen, wo wir noch schlafen und wie wir restlos und vorbehaltlos erwachen können. Die zweite Methode besteht also darin, Gift als Medizin zu nutzen, schwierige Situationen zu benutzen, um unsere aufrichtige Fürsorge für andere zu wecken, die genau wie wir leiden. Eine der Losungen des Lojong lautet, wenn die Welt voll von Übel ist, muss man alle Missgeschicke, alle Schwierigkeiten in den Pfad zur Erleuchtung verwandeln. Um diese Haltung geht es uns hier. Die dritte Methode im Umgang mit dem Chaos besteht darin, alles, was in Erscheinung tritt, als Manifestation der erwachten Energie zu sehen. Wir können uns selbst als bereits erwacht betrachten. Wir können unsere Welt als bereits vollkommen betrachten. Traditionell wurde die Aufforderung, alles, was in Erscheinung tritt, als die Energie der Weisheit selbst zu betrachten, mit dem Gleichnis des Bestattungsplatzes verdeutlicht. In Tibet war der Bestattungsplatz das, was bei uns der Friedhof ist, allerdings nicht so sauber und aufgeräumt. Die Toten lagen nicht unter einer sanften grünen Wiese, bedeckt mit in weißen Marmor gemeißelten Engeln und erhebenden Worten. Da der Boden in Tibet oft gefroren war, wurden die Leichname der Verstorbenen auf den Bestattungsplätzen in Stücke gehackt und an die Geier verfüttert. Mit ziemlicher Sicherheit roch es auf diesen Bestattungsplätzen nicht angenehm und der Anblick dürfte auch ziemlich schockierend gewesen sein. Der Boden war mit Augäpfeln, Haaren, Knochen und allen möglichen Körperteilen bedeckt. Ich habe in einem Bildband über Tibet einmal ein Foto gesehen, auf dem Menschen einen Leichnam auf den Bestattungsplatz brachten. Eine ganze Horde Geier, jeder von der Größe eines zweijährigen Kindes, wartete bereits auf den frischen Körper. In unserer Welt kommt die Intensivstation eines Krankenhauses den tibetischen Bestattungsplätzen vielleicht näher als ein Friedhof. Dieses Bild könnte uns als Arbeitsgrundlage dienen, denn es beinhaltet eine gewisse Ehrlichkeit gegenüber den Mechanismen der menschlichen Existenz. Es geht blutig zu, es stinkt, es ist voller Unwägbarkeiten und gleichzeitig ist es die selbststrahlende Weisheit, ist es gute Nahrung, rein und heilsam. Alles, was in Erscheinung tritt, als erwachte Energie zu sehen, stellt unsere grundlegenden Gewohnheitsmuster völlig auf den Kopf. Unsere gewöhnliche Haltung, jeden Konflikt zu vermeiden, uns selbst stets besser hinzustellen, als wir sind, die Dinge zu glätten und zu schönen, den Schmerz als Fehler beweisen zu wollen, der in unserem Leben nicht vorkommen kann, wenn wir nur alles richtig machen, kehrt sich völlig um. Und wir entwickeln den Mut, als Arbeitsgrundlage für das Erlangen der Erleuchtung, einen neugierigen Blick auf den Bestattungsplatz unseres Lebens zu werfen. In unserem Alltag geraten wir häufig in Panik. Wir haben Herzflattern oder Verdauungsstörungen, weil wir mit jemandem streiten oder weil unser wunderschöner Plan nicht in Erfüllung geht. Wie gehen wir mit diesen Dramen um? Was machen wir mit diesen Dämonen, die ja hauptsächlich unsere eigenen Erwartungen und Befürchtungen sind? Wie hören wir auf, gegen uns selbst zu kämpfen? Macik Laptrön rät uns, genau die Orte aufzusuchen, vor denen wir Angst haben. Aber wie macht man das? Wir versuchen, uns nicht in unsere gute und unsere böse Seite, in unsere reine und unsere unreine Seite aufzuspalten. Der grundlegende Kampf liegt in unserem Gefühl, unvollkommen zu sein und uns schuldig dafür zu fühlen. Damit müssen wir uns anfreunden. Es geht darum, dass wir den Dualismus zwischen unserem Ich und den anderen, zwischen diesem und jenem, zwischen hier und dort, aufheben können, indem wir auf das, was wir schwierig finden und uns vom Hals zu halten wünschen, zugehen. Im Sinne der Alltagserfahrung heißt das, diese Methoden ermutigen uns, uns unserer selbst nicht zu schämen. Es gibt nichts, dessen wir uns schämen müssten. Es ist wie beim Kochen. Wir können stolz auf unsere Vielfalt sein, auf unser deutsches Sauerkraut, unser indisches Curry, unsere amerikanischen Hamburger mit Pommes. Es gibt eine Menge saftiger Dinge, auf die wir stolz sein können. Chaos ist Teil unserer Heimat. Statt nach etwas Höherem oder Reinerem zu suchen, können wir einfach mit dem arbeiten, was ist. Die Welt, in der wir leben, der Mensch, der wir zu sein glauben, das sind unsere Arbeitsgrundlagen. Der Bestattungsplatz namens Leben ist die Manifestation der Weisheit. Weisheit ist die Basis der Freiheit und ebenso die Basis der Verwirrung. Jeden Augenblick treffen wir eine Wahl. Welchen Weg schlagen wir ein? Wie gehen wir mit dem Rohmaterial unserer Existenz um? Nicht zu kämpfen, Gift als Medizin zu nutzen und alles, was erscheint als Manifestation der Weisheit zu betrachten, sind drei äußerst praktische Möglichkeiten, mit dem Chaos umzugehen. Zuerst üben wir, das Drehbuch loszulassen, langsam genug zu werden, um einfach präsent sein, die Vielfalt an Urteilen und Plänen loslassen und einfach mit dem Kämpfen aufhören zu können. Zweitens können wir jeden Tag unseres Lebens dazu benutzen, unsere Einstellung dem Leiden gegenüber zu ändern. Statt es uns vom Hals zu halten, können wir es einatmen, verbunden mit dem Wunsch, dass alle Wesen mit dem Verletzen aufhören mögen, dass alle Wesen Zufriedenheit in ihrem Herzen finden mögen. So können wir Schmerz in Freude verwandeln. Drittens können wir einfach anerkennen, dass Leiden existiert, dass es Dunkelheit gibt. Das Chaos innen und das Chaos außen sind grundlegende Energie, das Spiel der Weisheit. Ob wir die Situation, in der wir uns befinden, als Himmel oder als Hölle erleben, hängt von unserer Wahrnehmung ab. Und können wir uns zu guter Letzt nicht einfach entspannen und fröhlicher werden? Sobald wir morgens aufwachen, können wir den Tag dieser Aufgabe widmen. Wir können Sinn für Humor entwickeln und üben, uns selbst nicht so furchtbar ernst zu nehmen. Jedes Mal, wenn wir uns zur Meditation hinsetzen, können wir diese Praxis als Einladung zu mehr Leichtigkeit, Humor und Gelassenheit verstehen. Ein Meditationsschüler hat einmal gesagt, setz deine Anforderungen runter und lass alles entspannt, wie es ist. und hoffentlich nicht so furchtbar. Und wie es ist, Sobald wir uns Und wie es ist,